so jetzt sollte ich aber endlich zum boss kommen ohne witz und danach gehe ich meinen diese lichtwelt und verschwende noch mehr probieren in diesem glücks den man muss mir das doch was bringen bei irgendein glückseffekt gibt es hier anscheinend nicht zumindest nämlich sowas nicht wahr über hier so ach komm das war nein 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 da gehen wir nicht lang hey hey kommt natürlich es presst mich gegen die wand war vielleicht doch neu ohne witz fährst dieses spiel nicht gerade also zumindest nicht immer da muss ich durch meine ich zumindest ja hier nehmen wir das hoch und das und das und das und das und das war meist aber wenn ich ganz game over geht bringen ist es eh wieder da also von daher so nachher meine freunde erst mal den dann den dann ich bin die reaktionszeit von was weiß ich in der schlaftablette wie auch immer ich das jetzt gerade noch mit schafft hat es ist mir ein rätsel ohne witz lauf 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 ja schön ähm ach bestimmt muss ich da ja haben wir es natürlich wieder ausrüstbares zeug ähm wir gehen natürlich da lang und ohne witz wie hast du den weg da durchgefunden ohne witz dieses ding oder wir könnten uns ein nächstes lebensernisieren holen muss ich hier die die und die anmachen hä ohne witz ich war ach ich verstehe glaube ich wie man die tötet ja ähm ähm jetzt sterben mutter rubin so dann geht das sogar den boss schaffe ich bestimmt mit den hp auf jeden nein dann der untere dann von so nein hä dann doch so einer hier ja ach ja hier kam noch auch die viecher ja so auf zum boss das wird kein spaß das wird kein spaß das wird kein spaß das wird kein spaß ja ja Ah. Um. Heeeh? Bruce. Um. Eh. Ich checke es gerade nicht. Äh. Äh. Ohne Witz, ich verstehe es gerade nicht. Boah. Ähm. Ich habe den jetzt... Ich habe den jetzt einmal gehittet. Mit dem Hammer. Und danach geht... Passiert gar nichts mehr? Ohne Witz, ich checke es nicht. Ich würde es verstehen, wenn er per mal Schadensumler bekommt, aber... Hä? Ich... Nee, keine Ahnung. Äh. 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 Hier dann. Ich checke das nicht. Ohne Mist. Keine Ahnung. Ohne Witz. Ohne Witz. Herz. Ohne Witz. Äh. Danke. Hier ist auch noch ein Herz unter, das weiß ich. Yay. So. Äh. Hä? Ey, das habe ich doch volles Fund getroffen. So. Ähm. Keine Ahnung, ey. Zack. Zack. Ich mache mir gerade immer noch Sorge um diesen... Boss. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ich schaffe hier irgendwas mit... Äh, loih, ich habe das Ding wieder unten getroffen. Achso, erst mal muss ich wieder... ...bogen. Hm. So. So. Äh, natürlich. Natürlich trifft mich der Quatsch. Mua. Uah. Und? Nur ein blauer Dienst. Ähm. Jetzt muss ich ja mit einem Pfeiler draufschießen. Oder mit einem Boomerang gegenwerfen. Schaffe ich das? Ich dachte schon, ey. Ich muss da jetzt das wasten. Gut, hier bin ich ja mit einem Pfeiler draufschießen. Aber... Ich muss da jetzt... ...schneiden. Ach, ist nur der einer. Ah, jetzt kommen wieder ganz viele. Warum nicht mein Herz? Trollgame Ich habe kein Herz Ja, das ist mir klar Vielleicht muss ich mich dann mit einem Pfeil reinschießen Ähm Eck da lieber Natürlich trifft mich das Na du Äh Ich check das nicht Ähm Ich kann eben noch so oft mit dem Ding auf die Ja, Dingshauen Ähm Ich verstehe den Boss nicht Hier geht's beim nächsten Mal weiter Bis dahin Ich bin beim Kane Diana Jones Oder so ähnlich Zumindest Und ja Bis dann Ich bin